Mit dem Joystick und den Daumenwippen können alle Fahr- und Hebefunktionen der Maschine sehr präzise gesteuert werden. Die Maschine verfügt über einen emissionsfreien Batterieantrieb und kann sowohl innen wie auch außen eingesetzt werden. Die GS101-12W erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 10,06 m. Die Arbeitsplattform kann auf eine Länge von 3,22 m ausgeschoben werden und hat eine maximale Hublast von 450 kg. Mit einer Plattformbreite von 1,19 m und der hohen Hublast ist die GS101-12W ideal für die Montage von schweren und sperrigen Teilen. Die Däume und der hohen Hublast ist die GS101-12W. Die Däume, die Däume und 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 die Däume. Untertitelung des ZDF, 2020